Hat es aber gepackt! 1, 2, 4! Halt! Wir spielen Center Bundes, Spaß wahren! yaaaayyyyyyyy Ich spiele gerne Helfen, weil es so ein schönes Instrument ist, es macht mir Spass, der Ton fällt mir und wenn ich traurig bin, setze ich mir zu Helfen und bin nachher wieder frohlich. Ich bin Julian Tietiker, ich lehre Schlagzeug an der Musikschule Eigenamt, weil es mir Spass macht und ich gerne Schlagzeug spielen. Hoi, ich bin der Simon, ich kann Schweizer Örgeri spielen und das Arkadio. Mir macht es so Spass hier, dass die Lehrer so nett sind und dass es so viel Spass macht, mit anderen nicht zu spielen, also wenn der Unterricht vielleicht vorbei ist und der nächste kommt, kann man ja zusammenspielen. Und es gibt so viele coole Lieder, die man spielen und üben kann. Am Schluss, wenn man es richtig im Griff hat, gibt es noch ganz cool auf der Bühne, kann man vorspielen. Ich hoffe, ihr bewerbt euch. Ich gehe gerne ein Essen an unter dich, weil es Spass macht, mit den Blasinstrumenten Töne zu zeigen. Warum machst du so gerne Musik? Weil die Musik mich interessiert und ich kann gerne Gitarre und ich höre auch gerne, wenn jemand Gitarre spielt. Was bringt dir die Musik? Ich habe einfach Freude an der Musik. Ich übe Klavier, weil man beim Klavier verschiedene Arten von Stücke spielen kann. Ich gehe mit dem Blasinstrumenten Töne zu zeigen. Wenn ihr euch Spass macht, könnt ihr auch mit dem Blasinstrumenten Töne zu zeigen. Ich spiele Giga, weil es mir Freude macht und weil ich gerne noch ein Instrument spielen kann. Und ich finde Giga schön. Ich kann gerne in den Gitarreunterricht gehen, weil Herr Wettstein mir die richtige Lieder zeigt. Weil ich ein paar Mal meine Lieder davon wähle und sie mir vereinfacht. Mir macht die Musikschule Spass, weil ich diese Stücke spielen kann, die ich gerne spiele. Aber Übung macht der Meister. Ich spiele die Chorflöte, weil es mir Spass macht und gerne für Publikum spielen. Und es macht mich auch glücklich. Und es ist mein Leben. Ich komme gerne in die Musikschule, weil ich dann meine Stimme verbessern kann und die Lehrerin ist halt auch sehr, sehr nett. Und es macht die Musikschule Spass. Der Trompetenunterricht ist sehr vielfältig. Denn man muss nicht einfach ein Lied spielen. Sondern man muss auch Übungen machen zu der Atemtechnik und der Lippen. Also zu der Ansatztechnik. Trompete ist auch deswegen vorteilhaft, weil man schon nach zwei Jahren fleissig üben mit einem richtigen Orchester auftreten kann. Und es macht die Musikschule Spass. Hallo, ich bin Jan und spiele Akkordeon. Es macht viel Spass, mit anderen zusammen zu spielen. Am liebsten spiele ich meine Mutter. Und man lernt auch viel dabei. Man kann auch etwas mit den Händen machen. Und man hat den Vorteil in der Schule, wenn man Musik hat. Es gibt viele tolle Instrumente, die man auf der ganzen Welt kennt. Ich habe im Visier das Klavier, das Klavier. Das hat mich bei guter Neune und Zuhören der zweiten Stunde. Selber Musik machen ist grandios. Meld dich an und lass auch los. Ich habe mich bei guter Neune und Zuhören. Ich habe mich beim Bild, wie man auf der ganzen Welt geht. Ich bin auch bei guter Neune. Ich habe mich bei guter Neune und Zuhören. Vielen Dank.